Musik 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 Ah, Raskutin, willkommen! Ja, du bist der Beste, gell, Raskutin? Ja, du bist der Beste, gell, Raskutin? Musik Musik Servus, Thorsten Äh, Berti, was machst denn du da? Dreimal darfst raten Wenn's wegen dem Donnerblitz ist, das ist fein nicht so, wie du denkst, gell? Ach ja Und wie ist es dann? Musik Berti Berti, nicht Wo ist das Frühstück? Heute gibt's kein Frühstück, ich muss sofort zur Stadtratssitzung Herrschaft, Marie, ich war jetzt zwei Stunden im Stall, ich hab den Riesenhunger Mei, dann kaufst du heute mal auf wegen der Arbeit eine Leberkasse, mir pressiert's Leberkasse, 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 wie ist es denn Kaffees mag ich nicht? Hab ich aber nicht Und heute auf Nacht bin ich auch nicht da, sondern sitzen vom Kulturausschuss Wegen dem Gastspiel von der Münchner Staatsoper Rabenschwester Hab ich gehört, Servus Da ist Stockel, was gibt's? Da ist nicht die Stockel, da ist der Michael Wieso rufst du vom Apparat von der Stockel an? Weil sie nicht da ist, die hat ihren Freizeitausgleich Und warum rufst du jetzt an? Weil wir eine Leiche haben, eine neue Und wo haben wir die neue Leiche? Mein Michi Das ist eine schöne Frau, wo fährst du denn hin? Ja, wo wär ich hinfahren, wenn ich zum Gestüt fahr? Zum Reiten Zum Reiten? Seit wann kannst du reiten? Seit heut, ich hab nämlich im Radioquiz fünf Reitstunden gewonnen und um neun geht's los Nein, geht's nicht Wieso nicht? Weil sie den Besitzer vom Gestüt umgebracht haben Und weil der Tatort für Unbefugte gesperrt ist, bis die Spur sie fertig hat Ich bin aber befugt, ich bin nämlich von der Rosenheimer Polizei Aber heute bist du Reiterin und das Reitergut bist du unbefugt Wai, Michi, Hauptsache du kannst gescheit daher reden Guten Morgen Guten Morgen Darf ich? Ja, bitte Ja, Herr Stumpfegger, wenn er noch nichts mehr einfällt, dann... Adresse brauche ich noch Stumpfegger, Liebkindstraße 12 Liebkind schon? Ist das in Rosenheim? Äh, nein, Bad Aibling Bad Aibling Wann am Morgen Guten Tag Guten Tag, Herr Hansen, grüß dich, Cobine Grüß dich, Michael Du wirst auch schon mal schneller Okay Naja, wir mussten kurz einen Zwischenstopp einlegen Den Kollegen Hofer wurde zu Hause das Frühstück verweigert Ich würde dann ganz gerne nach Hause fahren Freilich fahren Sie nur nach Hause, Adresse haben wir ja Wiederschauen, Herr Stumpfegger Wiederschauen 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 Der Rasputin, das ist ein Das Pferd, nehme ich an Ja, genau Kann das kein Unfall gewesen sein? Hab ich mir auch gedacht Aber der Herr Stumpfegger hat gesagt, dass der Rasputin niemals irgendjemanden tot getrampelt hätte Schon gar nicht sein Herrle Das heißt, das Pferd wurde als Mordwaffe benutzt? Ja, kann man so sagen Dauzeitpunkt? Das weiß ich nicht, fragt die Frau Doktor, die ist da drin Ist gut Danke, Michi Gerne Da fragen wir Sie doch glatt Jetzt mal ruhig an Mitnehmer, Kinder Schwer Moin, Moin, Frau Doktor Guten Morgen, Frau Doktor Kern Guten Morgen, die Herren Wissen Sie schon, was über den Todeszeitpunkt? Ich schätze mal gestern Abend, zwischen 20 und 21 Uhr Eine Todesursache? Da wird wohl jemand sein Pferd Rasputin-scheu gemacht haben Wieso kann es nicht sein, dass das Pferd uns selber durchgedreht ist? Sehen Sie mal hier Die Hämatome im Gesicht, das stammt nicht vom Pferd Sieht anders aus Faustschläge? Würde ich so sagen Ich werde mich mal mit dem Veterinär unterhalten Ob er Gewalteinwirkung am Rasputin festgestellt hat Danke, Frau Doktor, super Bis dann Bis dann Bis dann Corvina Ja, Eivind Ja, das habe ich hier gefunden Danke, Eivind Ein Kaugummi Torsten, warum würde das hier liegen? Bitte lassen Sie es doch Nein, das geht doch nicht vorbei Du kannst sie doch nicht Nein, was ist denn da los? Stimmt ist das der Thorsten? Ja, aber Mein Gott, Thorsten Bleibst du da? Wach auf, Thorsten Bitte, Thorsten Wach auf Würden Sie mir sagen, wer Sie sind? Melanie Jenrich Thorstens Verlobte Tut mir leid, Frau Jenrich Kommen Sie Aber was ist denn geschehen? Das besprechen wir am besten vor der Halle Ja Kommen Sie Wie ist das denn passiert? Wir müssen davon ausgehen, dass jemand das Pferd scheu gemacht hat Sie meinen, jemand hat ihn umgebracht? Im Augenblick müssen wir davon ausgehen Das kann nicht so gewesen sein Sie haben einen Verdacht? Natürlich Seine Frau, wer sollte es sonst gewesen sein? Seine Frau? Haben Sie nicht eben gesagt, Sie wären seine Verlobte? Bin ich auch Thorsten wollte sich scheiden lassen Dann würde das Wort Geliebte ihren Status aber exakter beschreiben Nennen Sie es, wie Sie wollen Auf jeden Fall wollten Thorsten und ich sofort nach der Scheidung heiraten und von hier weggehen Und das hat der Frau Körner überhaupt nicht geschmeckt Das können Sie laut sagen Sie wäre mit absolut leeren Händen dagestanden Das ist schon mal sehr interessant, Frau Jenrich Wenn Sie uns jetzt noch sagen, wo Sie gestern zwischen 20 und 21 Uhr waren Zu Hause Allein? Natürlich allein Thorsten war ja hier, hatte noch einen Haufen Papiertraum zu erledigen und wollte dann hier übernachten Darf ich jetzt tun? Das geht leider nicht, tut mir leid Solange die Spurensicherung nicht fertig ist Aber wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Leiche freigegeben ist Wissen Sie zufällig, wo die Frau Körner ist? Nein Gut, danke, das wär's dann Wenn wir noch Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen Können Sie mir bitte eines versprechen? Was denn? Ich möchte dabei sein, wenn Sie dem Mörder die Handschellen anlegen Lassen Sie uns erstmal unsere Arbeit machen und dann sehen wir weiter Wiedersehen So, ich hab mit dem Veterinär gesprochen Und? Er meint, dass es sich beim Pferd um vorsätzliche Verletzungen handelt, die darauf hindeuten, dass es scheu gemacht wurde Also, Mordwaffe Rasputin Kann man so sagen, alles Weitere dann nach der Obduktion Alles gut Entschuldigung, hier können Sie jetzt nicht reinfahren Wieso nicht? Sagen Sie mir bitte, wer Sie sind Ich heiße Körner, ich wohne hier Ach so, dann sind Sie ja die Frau vom Herrn Körner Natürlich, können Sie mir jetzt bitte sagen, was hier los ist? Nein, das erklären Ihnen dann unsere Herren Hauptkommissare Wenn Sie bitte mitkommen möchten Gehen Sie ruhig vor Herr Hansen? Ja? Folgendes Das ist die Frau Körner Die Frau vom Herrn Körner Ah ja Hansen Krippe Rosenheim Ist was mit Thorsten? Er ist tot Tut uns leid Wir müssen davon ausgehen, dass er ermordet wurde Was? Aber das ist doch unmöglich Ich meine, wer soll denn sowas? Wir haben gehofft, dass Sie uns da vielleicht weiterhelfen könnten Was ist das genau nicht? Ich weiß, dass das jetzt sehr schwer für Sie ist, aber wir müssten Ihnen ein paar Fragen stellen Fragen? Was denn für Fragen? Ich hoffe, es ist besser, wir gehen rein, hm? Kommen Sie Ja Werden Sie bitte Herrn Hofer Bescheid Ja Herr Stocke Wollten Sie sich nicht heute freinehmen? Ja, ich wollte zum Reiten gehen Seit wann reiten Sie? Seit heute, ich habe nämlich bei einem Radioquiz fünf Reitstunden gewonnen Und wieso sind Sie dann nicht beim Reiten? Weil da unsere neue Leiche liegt und deswegen die Reitstunden ausgefallen sind Aha, und da haben Sie beschlossen, Ihren Freizeitausgleich einfach zu verschieben Genau, Dienstbeginn ist allerdings um acht und jetzt ist es schon kurz nach zehn Frau Ortmann, was kann ich dafür, wenn sich der Gestützbesitzer umbringen lässt? Es ist sozusagen dienstlicher Freizeitausfall Schönen Tag noch Ah ja Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Nein Sie und Ihr Mann haben in Scheidung geliebt Wie kommen Sie darauf? Ich habe mir gehört Achso Sie haben Melanie getroffen Ernst, hätte sie gern Es stimmt also nicht, dass Ihr Mann sich scheiden lassen wollte Nein? Könnte ich jetzt bitte doch ein Glas Wasser haben? Natürlich Nein? Ja, unsere Ehe war nicht mehr so wie am ersten Tag Die üblichen Abnutzungserscheinungen eben Aber von Scheidung war keine Rede Bitte Habe die Frau Jenrich behauptet, sie hätte ein Verhältnis mit ihrem Mann gehabt Na gut Vielleicht war da was, aber wenn Dann war es nichts Ernstes Und dass Ihr Mann und die Frau Jenrich gemeinsam fortgehen wollten Das stimmt dann auch nicht Wollen Sie, Thorsten ist ein sehr attraktiver Mann Die Frauen sind ihm ständig nachgestiegen Und sicherlich hat er auch nicht immer Nein gesagt Aber wegen dieser Kuh hätte er mich ganz bestimmt nicht verlassen Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Gestern So gegen Mittag Okay Hatte Ihr Mann Feinde? Oder gab es in letzter Zeit irgendwelchen Ärger mit Kunden oder Angestellten? Nicht, dass ich wüsste Gut, wir müssten eigentlich dann nur noch wissen, wo Sie gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr waren Da war ich in München bei meiner Mutter Ich habe dort übernachtet Gut, ich glaube das wäre es fürs Erste Wenn wir weitere Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen Danke Frau Körner, Wiederschauen 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 Nein, nicht am Telefon Mei, herrlich Michi Das musst du dir anschauen Was muss ich mir anschauen? Die Budel vom Gestüt Rostal Das reinste Paradies Wie dort waren aber relativ viele Pferdeäpfel in dein Paradies Mei, sei halt immer ein bisserl romantisch Guten Morgen, Frau Stockl Gibt es einen Kaffee? Guten Morgen ist gut, wir haben gleich Mittag Guten Appetit, was ist das mit dem Kaffee? Es gibt keinen Kaffee Und warum, wenn ich fragen darf? Weil die Kaffeedose leer ist, Michi Und die Kaffeekasse auch Und ich nicht immer Lust habe, das ganze Geld vorzustrecken Ich glaube, ich bin der einzige, der hier was einzahlt, oder? Ich glaube, der Hansen wird auch gleich einzahlen, gell, Herr Hansen? Natürlich, Frau Stockl Was ist mit dir, Michi? Ich trinke Tee Ist das genügend da? Können Sie auch mal ausprobieren, ist viel gesünder Danke, wenn das geklärt ist, könnten Sie sich ja über das Gestüt rostakundig machen Bin ich gerade dabei Das reinste Paradies Fein, wenn Sie im Paradies fertig sind, dann checken Sie alle Informationen über den Herrn Körner Finanzielle Situation, Testament, Ehevertrag Das mache ich sehr, sehr gerne Danke, Frau Stockl Und Sie, Herr Mohr Überprüfen Sie bitte das Alibier von der Frau Körner Sie gibt an, bei Ihrer Mutter in München gewesen zu sein Annelie Kämpfer, Rosnergasse 17 Und was macht ihr? Wir gehen jetzt erst mal in den Kaffee damit, oder? Gerne, tschüss Wiederschauen Das ist wieder typisch Und bei uns bleibt die ganze Arbeit hängen Tja Ehrlich Servus Hey Für den Frühstück ist spät und für den Mittag früh Und für den Kaffee zwischendurch ist Gott recht Moin Moin, ich nehme Cappuccino Für mich ein Hafer und Mulchkaffee Also eine der beiden lügt, entweder die Verlobte oder die Ehefrau Tja, oder beide sagen die Wahrheit Na, es könnte sein, dass der Körner beiden Damen was vorgemacht hat Und Sie haben es ihm geglaubt Rätsel von dem Gestützbesitzer, den sie umgebracht haben Dir entgeht auch gar nichts, ne? Wieso, weißt du was über ihn? Was man halt so hört Und was hört man so? Der sollte nicht nur Reitstunden gegeben haben, der sollte auch gekandelt haben mit den Viechern Ja und? Sagt dir der Begriff Rostdäscher was? Logisch Ach, du meinst seit lahme Gäule teuer verkauft Zum Beispiel Sieht's ein bisschen genauer? Wie gesagt, was man halt so hört Dann sollten wir dem zumindest mal nachgehen, Kollege Das machen wir Wenn's ihr mich nicht hättet Dann Wer was? Stockel, mein Name grüß Gott, ich wollte den Termin nochmal ausmachen, weil heute Vormittag hat's ja nicht geklappt Hibiskus muss probieren Hibiskus? Ja, das tut passen Ja, vielen Dank, wiederhören So, jetzt hab ich neue Reitstunden ausgemacht, und zwar für heute Nachmittag Jetzt nimmst du schon wieder Freizeit aus gleich Wieso, stimmt doch gar nicht von heute Morgen, das geht nicht Ja, aber du kannst doch erst dorthin, wenn der Tatort freigegeben ist So ein Schmarrn, die Reithalle ist doch gar nicht da, wo sie den Toten gefunden haben Ich glaub nicht, dass der Achtziger und unsere Chefitäten das toll finden, wenn du jetzt da draußen irgendwie so Reitstunden hast Ich lass doch meine Reitstunden nicht verfallen, nur weil sich der Gestützbesitzer umbringen lässt Also wirklich nicht So, und wir werden jetzt auch wieder da Und Frau Stockl, haben wir schon was rausgefunden mit dem Herrn Körner? Ja, Hexen koordiniert, weil wenn ich Hexen kann, dann war ich nicht bei der Rosenheimer Polizei Aber einen frischen Kaffee gab es Nein, danke, ist die Rosterzeiten auf? Ja, da, bitte 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 Und Sie einmal, haben Sie schon Frau Körners Alibi überprüft? Ja, eigentlich habe ich das schon überprüft Ja, und? Ja, also die Mutter Körner sagt, dass die Tochter Körner gestern um 3 Uhr nachmittag gekommen ist Und erst heute am Vormittag wieder gefangen Dann scheidet Frau Körner als Täterin aus Wenn das, was die Mutter Körner sagt, stimmt, weil wenn das nicht stimmt, dann scheidet die Tochter Körner als Täterin nicht aus Nee, du bist zu ihm gescheit, Heifer Noch etwas, Herr Mohr Checken Sie bitte die Geschäftsunterlagen von Frau Körner darauf hin, ob es eventuell Ärger beim Verkauf von Pferden gegeben hat, ja? Wie soll ich das machen? Indem Sie die Unterlagen vielleicht einfach lesen Super, lese die Unterlagen und da steht dann drin, ob es irgendein Ärger gegeben hat Na, sehen Sie, genau diese Entschlossenheit ist es, die wir so sehr an Ihnen schätzen, Herr Mohr Was weiß ich, Herr Hansen? Apfelgeier Entschuldigung Grüß Gott Grüß Gott Den Herrn Stumpfecker suche ich Sind Sie seine neue Schülerin? Ja, ich habe das Schnupperpaket gewonnen Da oben Danke Schmeife Grüß Gott Hallo Stockel Stockel? Miriam Stockel, ich bin quasi das Gewinnspielpaket Ah, genau Bist du schon mal geritten? Es ist doch okay, wenn ich du sage Ich bin der Philipp Ja, ich bin schon mal geritten Allerdings nur auf dem Volksfest und das auf dem Pony und das Ganze im Kreis Na wunderbar, so fangen wir hier auch an Einfach im Kreis reiten Mhm Also erstmal starten wir dich aus, würde ich sagen Alles klar Danke So Jetzt mal den linken Fuß hier in den Steigbügel So und jetzt Alles klar Ja, und hier ist auch alles wunderschön Sehr gut, okay? Ja Ja Und los geht's Du machst das ganz hervorragend Ausgezeichnet Okay Sehr gut aus, was ich da sehe Ein echtes Naturtalent Danke Uah Was willst du hier? Ich hole meine Reitklamotten Okay, und dann verschwindest du Du wirst schon sehen, was du davon hast Ich gebe dir fünf Minuten, dann hole ich die Polizei Das würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen Der Schuss könnte leicht nach hinten losgehen Miststück Ja, grüß Gott, Herr Hofer Ja, servus, Bruderherz Ja, servus Grüß Gott, der 80er So schauen also deine Ausschusssitzungen aus Ach smart, wir sind gerade fertig geworden Wir sind sozusagen beim gemütlichen Teil des Abends angekommen Wollen Sie immer nicht her sitzen zu uns? Ja! Na, danke, ich bereite mir wohl Was hat er denn? Seine Spinnaten fünf Minuten Hat er das öfter? Alle fünf Minuten Grüß dich mit sich Hallo, Corbinian Was magst du? Ein Meister? Gerne Corbinian, servus Ja, grüß dich, Rainer Wo bleibst du denn so lang? Eigentlich hätte ich schon heute Mittag mit dir gerechnet Wieso hättest du schon mit mir gerechnet? Haben sie den Körner jetzt umgebracht, oder nicht? Na, freilich haben sie den Körner umgebracht, aber... Ich kann nicht gewusst, dass du dem sein Anwalt gewesen bist Dann weißt du es jetzt Okay Und? Dann sag einmal Stimmt es, dass ich dir scheiden lassen wollte? Du, Corbinian, ganz was anders Mal auf die Nacht ist doch das Gastspiel von der Münchner Staatsoper in der Stadthalle Da sind partout keine Karten mehr zum Kriegen Total ausverkauft Echt? Was hat das mit dem Körner zu tun? Mit dem Körner hat das gar nichts zu tun Ich hab halt bloß gemeint, weil der Schwester im Kulturausschuss sitzt Okay Ich werd schauen, was ich für dich tun kann Das ist ein bisserl wenig Frag's halt gleich, da sitzt sie doch Das ist jetzt grad ungünstig Wieso? Ich tue, was ich kann, ich versprich's dir Zwei Karten Zwei Karten So, ein Weißbier Zum Wohl Dank dir bitte Also Wolltest du sie jetzt scheiden lassen oder nicht? Freilich wollte sie sich scheiden lassen Ich hätt ihn ja dabei anwaltlich vertreten sollen So, das war's für heute So Und jetzt langsam nach vorne lehnen Genau Einmal rumschwingen Und Sehr schön Sieht wirklich sehr gut aus, was ich da sehe Mhm Und nächste Stunde gehen wir noch ein bisschen Vorschau ran Was? Noch Vorschau? In einer Schritt kommt Trab und dann ein Galopp Aber ich bin doch noch gar nicht so weit Ganz bestimmt Dafür hab ich ein Auge Sag mal, wir haben die Körner so eine Art von E-Vertrag gehabt Du, um noch einmal auf die Karten zu kommen Als Stadträtin kriegt der Schwester die Karten schon umsonst, oder? Das weiß ich's nicht Das müsst ihr aber schon wissen Und wenn sie das doch fragen tätzt Ich mach das dann schon Also, haben sie einen E-Vertrag gehabt, oder nicht? Und was für einen Bei einer Scheidung hätte seine Frau ganz schön mit dem Uferrohr ins Gebirge geschockt Und jetzt? Jetzt hat sein Jackpot geknackt, sie erbt alles Wenn das kein Mordmotiv ist Und was für eins Dank dir, Prost Prost Soll ich dich nach Hause bringen? Dein Rad passt locker in meinen Kofferraum Na danke, das ist nett Ich würde dich aber gern nach Hause bringen Sehr gern sogar Ja, ich, äh Ich fahr eigentlich ganz gern mit meinem Radl heim Schade Aber was nicht ist, kann er noch kommen Schauen wir mal Na dann Mhm Ciao Ciao Hey Du kannst es nicht lassen, Mas Wovon sprichst du? Du weißt genau, wovon ich spreche Deine ständigen Weibergeschichten gehen mir so auf die Nerven Ich bin nett zu deinem Kunden Ist doch auch in deinem Interesse Das gehört alles zum Geschäft Ich liebe dich Ich dich auch Und du weißt, dass du die einzige Frau in meinem Leben bist Bleibst du heute Nacht hier? Ja Meinst du, dein Mann ist doch nicht mal 24 Stunden tot Na und? Hallo Joe Servus, Weiber Ja, ich nehme Rotwein Und, seid schon weiterkommen bei einem neuen Fall? Ähm, nicht wirklich Aber du weißt ja auch, dass ich nicht drüber sprechen darf Aber fragen dürfte mich schon was, oder? Ich schon, ja Was zum Beispiel soll ich dich denn fragen? Ich habe doch letztens erzählt, dass der Körner beim Perdi-Handel Beschissen haben soll Ja, ich erinnere mich Da scheint auf jeden Fall was dran zu sein Und, ähm, wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch einen Namen parat, hm? Logisch Und? Nagler Nagler Berti Sagt mir nichts Wenn du aus Rosenheim weißt, darf er da schon was sagen Das ist ein Großgastronom, dem man nachsagt, dass er ein paar Pferde laufen hat Und nicht nur Vierbeinigli Ein echter Pferdefreund Und dieser, ähm Nagler Berti Nagler Der wurde vom Körner über den Tisch gezogen, sagt man Es gibt kein Gerücht, an dem so überhaupt gar nichts dran ist Schau, Heik gibt's ein Frühstück für denjenigen, der im Stol war, nicht wie gestern Du hast doch nicht in allerhergutsfränen Stadtrat gemessen Machst du einen Kaffee? Oh, danke Was gibt's denn? Pfannkuchen Und sonst? Ähm, nix Jetzt red schon Also, stimmt das, dass das Kasspiel von der Staatsoper ausverkauft ist? Restlos? Selbst der 80er und ich haben noch mit Ach und Krach Karten gekriegt Warum fragst du ihn? Bloß also Du fragst nie bloß so Mei, ich hab gestern einen Bekannten getroffen, zufällig, und ich bin über Schuldig Und da hab ich mir halt gedacht Und wer ist der Bekannte? Äh Der Fischbach vielleicht? Mit dem bist du auch gestern im Rosenbrot zusammengeguckt Und er war dir gefällig und nicht so in der Zeche zuern? Nein, 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 Bruderherz, so nicht Mei, ich hab mir gedacht, dass du mir auch zwei Karten besuchen kannst Aha, aussichtslos, nada, für die Veranstaltung könnte nicht einmal der Oberbürgermeister zwei Karten auftreiben Und was mach ich jetzt? Ich hab's versprochen So, 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 versprochen Ja, und jetzt? Das Einzige, ich könnte schauen, vielleicht hast Glück und es haben zwei abgesackt Jetzt hab ich's gut bei mir Ja, ja, was ist alles gut bei dir hab Ah, jetzt press ich jetzt mal, aber ich muss zum 80er Ich geh jetzt gleich ins Bad Und du? Kannst dabei schon einen Tisch abräumen, hm? Selbstverständlich Soll ich mal durchsaum drüben? Achso Und wie die Schultern ganz locker bleiben Ja Guten Morgen, Weihnachten Morgen, Herr Hofer Ah, Herr Hofer, ich hab' herausgefunden, wer vom Körner sein Testament Bescheid wissen könnte Der Fischbach Wissen Sie das jetzt? Na ja, vielleicht, weil ich hexen kann Ja, Herr Hansen, zu Ihnen wollte ich gerade Und hier bin ich, guten Morgen Guten Morgen Ich hab' mir die Unterlagen durchgesehen, die Herr Mohr mir gegeben hat Was denn für Unterlagen? Körners Geschäftsunterlagen Er hat mich doch für Sie gebeten nachzusehen, ob es bei einem der Verkäufe zu Unstimmlichkeiten gekommen sein könnte Also eigentlich sollte das der gute Herr Mohr selber machen Und der gibt es eigenmächtig an mich weiter? Offensichtlich, ja Herr Hansen, wenn Sie sich schon vor der Arbeit drücken, dann sollten Sie doch wenigstens dazu stehen Also ich... Ja, Sie Sind Sie denn fündig geworden? Ja Es gab in letzter Zeit tatsächlich mächtig Ärger Herr Körner hat angeblich einen sündhaft teuren Deckhengst verkauft, der sein Geld nicht wert gewesen sein soll Aha An einen gewissen Bertin Nagler? Ja, woher wissen Sie das? Rosenheims brodelnde Gerüchteküche Frau Stockel Ja In diesem Fall hat Joe gekocht Er hat alles Ja Sagt jemandem der Name Nagler was? Bertin Nagler? Na Na Ja Ihnen sollte er schon etwas sagen, Herr Mohr Sollten ja tun, nein Wenn Sie Körners Geschäftsunterlagen selbst durchgesehen hätten, dann wären Sie auf diesen Namen gestoßen Herr Hansen, ich hab mir nur gedacht, die Frau Ortmann kennt sich bei so Papierzeichen so viel besser aus Und deswegen sagen Sie ihr, dass ich Sie beauftragt hätte? Das hab ich nie gesagt Zumindest nicht ausdrücklich Ja, ist schon gut, Herr Mohr Frau Ortmann verbucht es einfach auf meinem Konto für Arbeitseifer Ja Oder so Ja Dieser Nagler scheint vom Körner beim Kauf eines Zuchthengstes kräftig über den Tisch gezogen worden zu sein Trasche, Herr Wollen wir ihn vorladen? Gute Idee Ja Und wir? Wir nehmen uns die Frau vom Körner nochmal vor Die hat uns einen sauberen Bären aufgebunden Wieso? Von wegen, Ihr Mann wollte sich nicht scheiden lassen Herr Hofer, ich hab was über die Frau Körner rausgefunden Die hat was mit dem Heilklärer Woher wissen Sie das? Das hab ich aufgeschnappt Zufällig Bei meiner ersten Reitstunde Sagen Sie bloß, Sie waren auf dem Gestüt? In meiner Freizeit kann ich machen, was ich will Das ist ja richtig, aber trotzdem wäre es gut, wenn Sie einen großen Bogen ins Gestüt machen würden Zumindest bis der Fall geklärt ist Selbstverständlich, Herr Hansen Ich hab eh so einen Muskelkater, dass ich kaum sitzen kann Tja, Frau Stuttl Kleine Sünden bestraft der liebe Gott eben sofort Herr Hofer Der Herr Fischbach hat angerufen Ich soll Sie nur erinnern Sie wüssten schon, warum Irgendetwas zu unserem Fall, was ich wissen sollte? Nicht wirklich Ihr steckt schon mal auf, okay? Und reitet unten auf den Platz, ich komm danach, sobald ich Zeit hab Ja Guten Morgen, Frau Kleine Dürfen Sie mir kurz sprechen? Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin Das war keine Frage Kommen Sie bitte Auf geht's Tut mir leid Na gut, dann, dann wollte er sich eben von mir scheiden lassen Und in dem Fall wären Sie leer ausgegangen, so aber erben Sie und zwar alles Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich deshalb meinen Mann umbringe Es sind schon Leute wegen weit weniger ermordet worden Außerdem haben Sie uns verschwiegen, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrem Reitlehrer haben Was? Mit Philipp? Das ist gelogen Auch dafür haben wir einen Zeugen, der Sie zusammen gesehen hat und zwar in einer unmissverständlichen Situation Frau Körner, Ihr Leugnen macht keinen Sinn, das macht Ihre Lage nur noch schlimmer Also schön Ja, ich, ich bin mit Philipp zusammen Aber erst seit mein Mann mir gesagt hat, dass er sich von mir scheiden lassen will Es spielt keine Rolle, seit wann Sie zusammen sind Tatsache ist, dass Sie gleich zwei Wortmotive haben Ja, und ein Alibi, haben Sie das schon vergessen? Ich war bei meiner Mutter in München Ja, die ist ganz schön in die Schleunung gekommen Schon, nur solange wir Alibi nicht knacken, haben wir keine Chance Wer sagt uns, dass Sie selber gewesen ist? Sie meinen, der Reitlehrer hat... Zum Beispiel Okay, weil wir waren erst zusammen, nachdem er mit Melanie rumgemacht hat Und sich scheiden lassen wollte und Frau Körner mit leeren Händen dagestanden wäre Und eine reiche Witwe ist allemal attraktiver als eine arme geschiedene Frau Stimmt's, Herr Stumpfwecker? Das sind doch alles Spekulationen Ja, dann mal Tatsachen Wo waren Sie gestern zwischen 20 und 21 Uhr? Zuhause Zeugen Ich war allein, hören Sie, ich habe mit Thorstens Tod nichts zu tun, das müssen Sie mir glauben So, müssen wir das Herr Stumpfwecker, Sie sind mitzüglich vor, in nächster Zeit zu verreisen? Nein, wieso? Weil wir Sie in diesem Fall bitten müssten, Ihre Reise zu verschieben Soll das heißen, dass Sie mich allen Ernstes verdächtigen? Richtig, genau das soll es heißen Frau Stockel, würden Sie bitte alles herausfinden, was es über Ihren Weitlehrer gibt? Über den Stumpfwecker? Genau Freilich Aber bitte nicht vor Ort, nur was es in Polizeiunterlagen und im Internet herauszufinden gibt Natürlich Und Michi, hat sich etwas Neues zum Alibi von der Frau Körner ergeben? Nein, da hat sich leider gar nichts ergeben Aber du, ich habe mir Folgendes gedacht Weil wir noch nichts genaueres wissen, also wer alles Da habe ich immer gedacht, dass das Alibi von der Mutter von der Frau vom Toten Michi, bitte halt noch, ja? Ja, ich habe die Kollegen in München angerufen, dass sie bei der Mutter von der Frau vom Toten vorbeischauen sollen Und? Jetzt müssen wir ein bisschen warten Na prima Hast du dann wenigstens den Nagler ausfindig machen können? Freilich habe ich den ausfindig gemacht Ja, und warum sehe ich ihn dann nicht? Das liegt vielleicht daran, dass du nicht durch Wände schauen kannst Weil wenn du durch Wände schauen könntest, dann wüsstest du, dass er gleich im Vernehmungsraum sein wird Irgendwann breche ich ihn um Noch mehr Arbeit Sag, Herr Nagler, wir halten Sie ruhig Platz Ich habe mir nicht vorgehabt, dass ich aufstehe Na dann passt's ja Sie wissen, warum wir Sie hergebeten haben? Weil Sie wenig zu tun haben? Weil Torsten Körner ermordet wurde Sie kannten ihn? Flüchtig, sehr flüchtig Immerhin gut genug, um mit ihm Geschäfte zu machen Ich habe kürzlich einen Gaul von ihm gekauft, wenn Sie das meinen Und dabei gab's Probleme Wer sagt das? Gab's Probleme? Keine, die man nicht hätte lösen können Fragt sich nur wie Wann haben Sie den Herrn Körner zum letzten Mal gesehen? Was weiß ich, vor einer Woche oder so Nicht vor gestern Abend Na, bestimmt nicht Sie kaufen ja einen Kaugummi? Ja, und? Könnte ich den haben? Das sein muss Danke Am Tatort haben wir nämlich einen Kaugummi gefunden Und zwar genau vor der Pferdebox, in der Körner ermordet wurde Respekt Und wer sagt das, der von mir ist? Niemand Aber das wird ein DNA-Abgleich ohne Probleme klären Okay, dann ist er halt von mir Den habe ich ausgespuckt, wie ich vor einer Woche bei ihm war Haben Sie nicht, die Boxen werden jeden Tag gesäubert Der Kaugummi wird beweisen, dass Sie in der Mordnacht in der Halle waren Und Körners Verletzung beweisen, dass Sie sich nicht nur verbal mit ihm auseinandergesetzt haben Der Scheißkerl hat mir einen Deckings für 500.000 Euro verkauft, der überhaupt kein mehr hochkriegt Und wenn Ihnen ein Zivilprozess so lange dauert, haben Sie zur Selbsthilfe gegriffen Mein Gott, wir haben ihn halt ein bisschen aufgemischt Ein bisschen aufgemischt? Ja, aber wie wir gegangen sind, hat er noch gelebt Franks, den Rösler und den Berger, die können Ihnen das bestätigen Zwei Freunde von Ihnen nehme ich an Also was deren Aussagen wert sind, brauche ich Ihnen nicht erst lang und breit erklären Ja, aber so war es echt, wir haben die nicht umgebracht Na gut, also bis das geklärt ist, bleiben Sie erstmal hier Ja, wie jetzt? Herr Nagler bekommt ein Einzelzimmer mit Meerblick Ja, und Thomas, bringst du den Kaugummi bitte zur KTU? Weggemacht So, der Herr Und was halten Sie von ihm? Na ja, zuzudauern ist eben alles, aber eigentlich wäre das schön blöd, wenn er den Körner umbringt, bevor es ihm Geld zurückkommt Na, sehe ich auch so, trotzdem, außer der Nummer ist der Nagler noch lange nicht Wiederschauen, Herr Achtziger Herr Marie, was machst denn du da? Du hast mehr Glück als Verstand Grüße, Herr Hansen Hallo Frau Hofer, gut sehen Sie aus Danke, Sie aber auch Du hast die Karten, ja? Ja, zwei Karten für die Staatsoper, da, könntest du es haben Echt, obwohl es so Raritäten sind Wenn du es nicht willst Nimm schon Ehrenkarten, aber umsonst Na ja, so ganz umsonst sind die nicht, Herr Hansen Ich verstehe, Sie Stalldienst und ich allein unterwegs Tja, so kann man das sagen, Wiederschauen, Herr Wiedersehen, wollen Sie mir das erklären? Es ist gar nicht so gut, wenn man immer alles weiß Grüß die Mützi Servus, Kapinian Ein Weißbier? Ein Leichts Grüß dich, Rainer Kapinian ist schon wieder ein Mandant von mir umgebracht worden Tu dir eine langweist einmal Und warum bist du denn dann da? Warum wird die da sein? Weil ich dir deine Opernkarten bringe Ach so, die Karten, ja, du, das wär gar nimmer nötig Wie? Die wolltest du doch unbedingt haben? Ja, wollte ich ja auch, wegen dem, ähm, Startenor Habe heute Nachmittag haben sie im Radio gebracht, dass ich dir eine Magen-Darm-Grippe eingefangen hat Und, wegen einem drittklassigen Ersatzmann, hocke ich mich nicht in den Oper Willst du auch was essen? Nein, ist nix Jetzt Appetit vergangen Bitte, das reicht, jetzt hat der Fischbach Jetzt sei doch nicht so empfindlich Zum Wohl Danke Danke Morgen, Stockl Morgen, Michi Magst du einen Tee? Huflattich gibt's Gerne Kippe Rosenheimer, Breitstockl, grüß Gott Oh ja Ja, der steht grad neben mir Ja, geb ich Ihnen weiter Kollegen aus München Ui Polizei-Ober-Obermeister Morg, guten Tag Aha Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, super, danke, Ende Ja, selbstverständlich, ich bin morgen Ja, moin Und, wie schaut's mit dem Nadler aus? Der ist erstmal aus dem Schneider Seine Freunde haben seine Angaben bestätigt Da bleiben uns eigentlich bloß noch Frau Körner und ihr Reitlehrer Aber dann werden wir uns übersehen Und, Michi Hast du was gehört von den Kollegen aus München? Alle haben wir was gehört? Und was haben Sie gehört? Die Kollegen aus München waren bei der Mutter von der Frau vom Opfer und haben gefragt, ob das alle bestimmt Und, stimmt's? Die Mutter sagt ja Hm Dann können wir uns die Frau Körner als Täterin abschminken Das können wir leider nicht, weil die Kollegen aus München waren auch noch bei einer Nachbarin von der Mutter Und die hat gesagt, dass die Frau Körner mit dem Auto weggefahren ist Ja, und? Zwar nicht in der Früh, nicht zu Mittag, sondern auf die Nacht Und zwar genau so, dass sie zur Dauzeit in Rosenheim hat sein können Na dann, Herr Hofer, lösen wir den Fall Das machen wir bestimmt Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich die Körner war Karbinian, sie hat ein Motiv, sie hat kein Alibi, ist doch klar, als es war Na vielleicht ist mir das zu klar Wir müssen irgendwas übersehen haben Ihr berühmtes Bauchgefühl Was weiß ich Na dann, Herr Mohr, kommen Sie mal mit, dann machen wir das alleine und Herr Hofer geht nochmal seinem Bauchgefühl nach Sie haben uns also schon wieder belogen Ich weiß nicht, wovon Sie reden Frau Körner, ich hab doch selbst mit den Kollegen von München telefoniert, Ihre Mutter hat für Sie gelogen Sie sind schon am Abend zurück nach Rosenheim gefahren Sie konnten also ohne Probleme zur Tatzeit auf dem Gestüt gewesen sein Es stimmt Ich, ich war nicht die ganze Zeit bei meiner Mutter Ich, ich hab die Nacht mit Philipp verbracht Ja, aber wie hätte denn das ausgesehen? Ehefrau verbringt die Nacht mit dem Geliebten, während ihr Mann ermordet wird? Wir hätten geglaubt, dass Sie mit dem Geliebten ihren Mann ermordet haben und sich gegenseitig ein Alibi geben Ja, und das glauben wir jetzt erst recht Ja, aber so war es nicht Hat's gestanden? Noch nichts Das ist eine rote Nuss Ja, aber die sind dumme Nüsse Schaut mal, ihr Nüsse Fäule euch da was auf? Ja, was soll das sein? Da ist nichts auf dem Bild, aber auf dem, zwei Minuten vorher, da ist was Sieht aus wie... Wie ein Armband Das ist ein Armband Und es gibt nur eine, die es weggenommen haben kann Genau die Frau Henrich, kennen Sie dieses Armband? Nein, ich glaube nicht Das haben wir in Ihrer Wohnung gefunden Sie waren in meiner Wohnung? Logisch Das dürfen Sie nicht Doch, das dürfen wir Als Sie am Tatort waren, haben Sie das Armband nicht getragen, oder? Ich trage es nicht immer, ich hatte es wahrscheinlich zu Hause vergessen Zuhause nicht Schauen Sie, dieses Foto haben unsere Kollegen von der Spurensicherung aufgenommen, bevor Sie in der Pferdebox waren Und dieses, nachdem Sie die Box wieder verlassen hatten Fällt Ihnen was auf? Was soll mir auffallen? Sie haben das Armband eingesteckt, als Sie neben Ihrem Freund gekniet haben Weil Sie genau gewusst haben, dass es Sie verraten würde Sie haben das Pferd nämlich auf Körner gehetzt Und dabei haben Sie das Armband verloren Frau Henrich, wollen Sie denn Ihr Gewissen erleichtern, hm? Er hat mich die ganze Zeit über nur benutzt Aber er wollte sich doch scheiden lassen Ja, weil er seine Alte loswerden wollte Aber mich wollte er trotzdem nicht heiraten Mich wollte er genauso in den Wind schießen Und an diesem Abend wollte ich noch einmal mit ihm sprechen Und er hat mich nur ausgelacht Und da haben Sie Rot gesehen? Rasputin wurde immer unruhiger Und dann habe ich ihn auf ihn gehetzt Ja, und den Rest kennen wir Herr Mohr Haben Sie Ihre Handschellen dabei? Wie? Die Handschellen Legen Sie sie bitte Frau Henrich an Wir mussten ihr nämlich versprechen, dass sie dabei sein darf Wenn wir den Mörder festnehmen Jetzt sind sie dabei, sogar in der ersten Reihe sozusagen Frau Henrich, Sie sind vorläufig festgenommen Wegen des dringenden Talviertags Torsten Körner im Morde zu haben Michi, warte deines Amtes, Kathi, Willi Frau Henrich, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten Kathi! Ewig schreckt Und was machen wir beiden Hübschen jetzt? Wir? Wir gehen jetzt in die Ufer 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 Lieber Kasimi, wie präsiert's? Lieber Kasimi, lieber Kasimi, wie ist denn so Kaffees gemacht? Hab ich aber nicht Und heute auf Nacht bin ich auch nicht da Sondersitzung vom Kulturausschuss Wegen dem Gastspiel von der Münchner Staatsanbacht Rabenschwester Hab ich gehört, Servus Frau Stockel, was gibt's? Da ist nicht die Stockel, da ist der Michi Wieso rufst du vom Apparat von der Stockel an? Weil sie nicht da ist Die hat ihren Freizeitausgleich Und warum rufst du jetzt an? Weil wir eine Leiche haben Eine neue Und wo haben wir die neue Leiche? Mei, Michi! Das ist gottschöne Frau, wo fahrst du denn hin? Ja, wo wär ich hinfahren, wenn ich zum Gestüt fahr? Zum Reiten Zum Reiten? Seit wann kannst du reiten? Seit heut Ich hab nämlich im Radioquiz fünf Reitstunden gewonnen Und um neun geht's los Nein, geht's nicht Wieso nicht? Weil sie den Besitzer vom Gestüt umgebracht haben Und weil der Tatort von Unbefugten gesperrt ist Bis die Spur sie fertig hat Ich bin aber befugt Ich bin nämlich von der Rosenheimer Polizei Aber heute bist du Reiterin Und das Reiter gibt, bist du unbefugt Mei, Michi! Hauptsache du kannst gescheit daher reden Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Darf ich? Ja bitte! Ja, Herr Stumpfegger, wenn einem nichts mehr einfällt, dann... Hat Läschen brauchen wir noch? Stumpfegger, Liebkindstraße 12 Liebkindstraße? Ist das in Rosenheim? Äh, nein, Bart Eibling Bart Eibling Moin, Herr Moor Guten Tag, Herr Hansen Grüß dich, Kobinja Grüß dich, Michael Der wurd's auch schon mal schneller Okay Naja, wir mussten kurz einen Zwischenstopp einlegen Den Kollegen Hofer wurde zu Hause das Frühstück verweigert Ich würd dann ganz gern nach Hause fahren Freilich fahren's nur nach Hause, Adresse haben wir ja Wiederschein, Herr Stumpfegger Wiederschein Wiederschein Das ist der Herr Stumpfegger Der hat den Toten gefunden Und wie ich Sie kenne, brauchen wir uns mit ihm nicht mehr zu unterhalten Weil Sie das schon ausführlichst getan haben, stimmt's? Freilich Also, leg los Also Der Tote heißt Thorsten Körner, 45 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder Dem gehört das der alles Am Rasputin festgestellt hat Danke, Frau Dr. Super Bis dann Bis dann Gabinja Ja, Herr Wint Ja, das hab ich hier gefunden Danke, Herr Wint Ein Kaugummi Bitte lassen Sie uns durch Nein, das geht doch nicht Lassen Sie mich vorbei Du kannst sie doch nicht Nein Was ist denn da los? Stimmt ist das der Thorsten? Ja, aber Mein Gott Thorsten Bleibst du da? Wach auf Thorsten Bitte Thorsten Wach auf Würden Sie mir sagen wer Sie sind? Melanie Jenrich Thorstens Verlobte Tut mir leid Frau Jenrich Blumen Sie Aber was ist denn geschehen? Das besprechen wir am besten vor der Halle Ja Wie ist das denn passiert? Wir müssen davon ausgehen, dass jemand das Pferd scheu gemacht hat Sie meinen, jemand hat ihn umgebracht? Im Augenblick müssen wir davon ausgehen Das kann nicht so gewesen sein Sie haben einen Verdacht? Natürlich Seine Frau, wer sollte es sonst gewesen sein? Seine Frau? Hat gehört Und wie ist er umgebracht worden? Der Rasputin hat den Tod getrampelt Der Rasputin, das ist ein Das Pferd, nehme ich an Ja, genau Kann das kein Unfall gewesen sein? Hab ich mir auch gedacht Aber der Herr Stumpfäcker hat gesagt, dass der Rasputin niemals irgendjemanden tot getrampelt hätte Das ist schon gar nicht sein Herrle Und das heißt, das Pferd wurde als Mordwaffe benutzt? Ja, kann man so sagen Dauzeitpunkt? Das weiß ich nicht, fragt die Frau Doktor, die ist da drin Ist gut, danke Michi Gerne Da fragen wir Sie doch glatt Jetzt mal ruhig einen mitnehmen können Schwer Moin, Moin, Frau Doktor Guten Morgen, Frau Doktor Kern Guten Morgen, die Herren Wissen Sie schon, was über den Todeszeitpunkt? Ich schätze mal gestern Abend, zwischen 20 und 21 Uhr Eine Todesursache? Da wird wohl jemand sein Pferd Rasputin-scheu gemacht haben Wieso konnte es nicht sein, dass das Pferd uns selber durchgedreht ist? Sehen Sie mal hier Die Hämatome im Gesicht, das stammt nicht vom Pferd Sieht anders aus Faustschläge? Würde ich so sagen Ich werde mich mal mit dem Veterinär unterhalten Ob er Gewalteinwirkungen hühlt, hühlt Ach, war's gut Ja, großartig Du bist der Beste, gell, war's gut Hühlt, hühlt Servus, Thorsten. Berti, was machst denn du da? Dreimal darfst du raten. Wenn es wegen dem Donnerblitz ist, das ist vielleicht nicht so, wie du denkst, gell? Ach ja. Wie ist es dann? Berti, Berti nicht. Willst du das Frühstück? Nein, gibt's kein Frühstück. Ich muss sofort zur Stadtratssitzung. Herrschaft Marie, ich war jetzt zwei Stunden im Stall. Ich hab einen Riesenhunger. Mei, dann kaufst du halt einmal auf Wegenabend. Servus, Thorsten. Berti, was machst denn du da? Dreimal darfst du raten. Wenn es wegen dem Donnerblitz ist, das ist vielleicht nicht so, wie du denkst, gell? Ach ja. Wie ist es dann? Berti. Berti nicht. Wo ist das Frühstück? Heute gibt's kein Frühstück. Ich muss sofort zur Stadtratssitzung. Herrschaft Marie, ich war jetzt zwei Stunden im Stall. Ich hab einen Riesenhunger. Mei, dann kaufst du halt einmal auf Wegenabend eine Leberkassemle. Mir pressiert's. Leberkassemle, Leberkassemle. Wie ist es denn Kaffees mag ich nicht? Hab ich aber nicht. Und heute auf Nacht bin ich auch nicht da, sondern sitzen vom Kulturausschuss, wegen dem Gastspiel von der Münchner Staatsanfahrt. Rabenschwester. Hab ich gehört. Servus. Frau Stockel, was gibt's? Da ist nicht die Stockel, da ist der Mieche. Wieso rufst du vom Apparat von der Stockel an? Weil sie nicht da ist. Die hat ihren Freizeitausgleich. Und warum rufst du jetzt an? Weil wir eine Leiche haben. Eine neue. Und wo haben wir die neue Leiche? Mei, Michi. Das ist eine schöne Frau, wo fährst du denn hin? Ja, wo wär ich hinfahren, wenn ich zum Gestüt fahr? Zum Reiten. Zum Reiten? Seit wann kannst du reiten? Seit heut. Ich hab nämlich im Radioquiz fünf Reitstunden gewonnen. Und um neun geht's los. Nein, geht's nicht. Wieso nicht? Weil sie den Besitzer vom Gestüt umgebracht haben und weil der Tat hat für unbeflugte Geschmacken. Bertis, bis die Spuse fertig hat. Ich bin aber befugt. Ich bin nämlich von der Rosenheimer Polizei. Aber heute bist du Reiterin. Und das Reitag, dann bist du unbefugt. Mei, Michi, hauptsache du kannst gescheit daherreden. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich? Ja, bitte. Ja, Herr Stumpfäcker, wenn einem nichts mehr einfällt, dann... Adresse brauchen wir noch. Stumpfäcker, Liebkindstraße 12. Liebkindstraße? Ist das in Rosenheim? Äh, nein, Bad Aibling. Bad Aibling. Mein Herr Mohr. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hansen. Grüß dich, Kobinja. Grüß dich, Michael. Ja, wirst du auch schon mal schneller. Okay. Na ja, wir mussten kurz einen Zwischenstopp einlegen. Den Kollegen Hofer wurde zu Hause das Frühstück verweigert. Ich würde dann ganz gerne nach Hause fahren. Freilich fahren Sie nur nach Hause. Adresse haben wir ja. Wiederschein, Herr Stumpfäcker. Wiederschein. Wiederschein. Das ist der Herr Stumpfäcker. Der hat den Toten gefunden. Und wie ich Sie kenne, brauchen wir uns mit ihm nicht mehr zu unterhalten, weil Sie das schon ausführlichst getan haben. Stimmt's? Ja, Freilich. Also, leg los. Also, der Tote heißt Thorsten Körner, 45 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Dem gehört das der alles. Also hat gehört. Und wie ist es umgebracht worden? Der Rasputin hat tot getrampelt. Der Rasputin, das ist ein... Das Pferd, nehme ich an. Ja, genau. Kann das kein Unfall gewesen sein? Ja, hab ich mir auch gedacht. Aber der Herr Stumpfäcker hat gesagt, dass der Rasputin niemals irgendjemanden tot getrampelt hätte. Schon gar nicht so ein Herrle. Das heißt, das Pferd wurde auch zur Mordwaffe benutzt. Ja, kann man so sagen. Dauzeitpunkt? Das weiß ich nicht. Fragt die Frau Doktor, die ist da drin. Ist gut. Danke, Michi. Gerne. Da fragen wir Sie doch glatt. Jetzt mal ruhig einen Mitnehmer, Kinder. Schwer. Moin, moin, Frau Doktor. Guten Morgen, Frau Doktor Kern. Guten Morgen, die Herren. Wissen Sie schon, was über den Todeszeitpunkt? Ich schätze mal gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr. Todesursache? Da wird wohl jemand sein Pferd Rasputin-scheu gemacht haben. Wieso konnte es nicht sein, dass das Pferd von selber durchgedreht ist? Sehen Sie mal hier. Die Hämatome im Gesicht, das stammt nicht vom Pferd. Sieht anders aus. Faustschläge? Würde ich so sagen. Ich werde mich mal mit dem Veterinär unterhalten, ob er Gewalteinwirkungen am Rasputin festgestellt hat. Danke. Tschüss. Danke. Danke.